Nr. 33 Indirekte Sprechakte Laut CERL vollzieht ein Sprecher mit einer Äußerung einen illokutionären Akt. Bei indirekten Sprechakten entsprechen die Illokutionsindikatoren nicht der vom Sprecher intendierten Illokution. Im Gegensatz zu direkten Sprechakten bestehen diese aus zwei Illokutionsakten. Bei der wörtlich verstandenen bzw. sekundären Illokution besteht kein Hörerbezug. Es wird also keine Reaktion vom Hörer erwartet. Das eigentliche Ziel der Äußerung beinhaltet die primäre Illokution, die vom Hörer erschlossen werden muss. Dabei läuft unbewusst eine Kette von Schlussfolgerungen ab, um die Sprecherintention zu entschlüsseln. Voraussetzung für das Verstehen indirekter Sprechakte ist das Einhalten der Konversationsmaxime und das zugrunde liegen des gleichen Weltwissens bei Sprechern und Hörern. Und dann geht es auf einmal der Konversationskriege. Und dann geht es auf einmal der Konversationskriege. Vielen Dank.